Willkommen in der E.C. Language Center's Podcast-Series. Hier teachen wir Ihnen Phrases, die in line with certain themes sind. Du hörst erst die Sprache in deinem Sprach, dann wird sie zweitens in Englisch geblieben. Dies gibt es eine Chance, die Phrase zu repetieren und ein bisschen Prächtigung zu haben. Es gibt 10 Phrases in jedem Episode. Hier sind ein paar Fragen, die Sie neuen Kontakten stellen sollten. Hier sind einige Fragen, um neue Kontakte zu stellen. Wo haben Sie eine Ihrer schönsten Reisen unternommen? Wo haben Sie eine Ihrer schönsten Reisen unternommen? Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Wie lautet der Name der Stadt, in der Sie aufgewachsen sind? Was ist Ihr absolutes Lieblingsessen? Welche Art von Musik hören Sie am liebsten? Welche neue Fähigkeit oder welches neues Fach haben Sie erlernt? Gibt es einen Ort, den Sie besucht haben und den ich vielleicht kenne? Is there a place you've visited that I might be familiar with? Auf welche Errungenschaft oder Erfolg, den Sie in letzter Zeit erzielt haben, sind Sie besonders stolz? What recent accomplishment or achievement are you particularly proud of? Gibt es irgendwelche besondere Traditionen, die Ihre Familie pflegt oder feiert? Was steht auf Ihrer Wunschliste? What's on your bucket list? What's on your bucket list? If you have enjoyed this podcast, please follow us to hear more in the series. Visit www.ecenglish.com for a list of our courses.